In der Klasse sind es 84 Kilogramm im griechisch-wölbischen Stil. Carsten Weber für die BKG und Renal und Adrian Alperach für den HSV Mainz 88. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die erste Runde endet mit 3 zu 1 für Carsten Weber BKG und Renal. Untertitelung des ZDF, 2021 Schönen a! Schönen a! Hoh! 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 Kom battle! Hoh! Bum! Bum! Brauch! Zitutto! Ste sank! Ham den! Th shrimp! Persian легко kay nice ke карgo! P questions like a park Nichts! Lord, 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 Lord! Setz auf. Und selber auf den Herber, auf den Hörer, wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein. Okay, mal her, mal her. Die Karte geht aus, und vor, und wieder rein. Setz auf. Setz auf. Setz auf. und noch das. Komm, komm. Komm, komm. Das war's für heute. Kalka. 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 Schau, schau! Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber, WKB und Nürnana. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Die zweite Runde endet mit 5 zu 1 für Kastenweber. Ich freue mich sehr. 3 zu 0 punktiger Carsten Weber, DKB und unser Name. Vielen Dank.